Wow, wegen längeren Haaren, oder was? Ja, natürlich. Mein Vater hatte früher mal einen Zopf bis zum Arsch, Alter. Aber jetzt erst mal eine Glatze haben, ja? Ja. Da hab ich auch immer überlegt, erst mal Haare bis zum Arsch, dann irgendwann einfach mal Glatze und dann alle erst mal staunen, so. Na, ist der verstrahlt? Hat er Krebs? Könnte ich über dir aber nicht vorstellen. Bei Ghost schon. Was, Glatze? Ja. Nee, Glatze passt so, übelst nicht. Ghost Rider und Abraham Lincoln. Und Pitbull Terrier. Oh ja, wie ein guter Name. PGG. Aua, mein Hals tut weh. Das ist auch keine Gabeln essen. Warum Gabeln? Essen, ne? Erst mal Tap drücken. Erst mal hoffen, dass die Aufnahmen nicht abgekackt ist. Ja, nicht Tap, sondern Windows-Taste. Ach so, hab ich wieder schon gedacht. So, Tap. Ey, erst mal hoffen lassen. Ist hier so ein Alarmmann. Nee, bitte, Franzose. Franzosen sind keine Alarmmann. Nee, für mich sind alle, die nicht Deutsch oder Englisch sprechen, sind Alarmmann-Männer. Und Japaner, die sind auch keine Alarmänner. Die kriegen nur Alarmmann ab. Die kriegen immer Alarmmann ab. Und Erdbeeren. Ich hab Mitleid mit denen. Also da sind sie nicht böse. Oh, ich hab Licht. Oh, geil. Ich hab schon gedacht, ich hab den. Ich hatte schon Angst. Ich geh in die Mitte. Oh, oder soll ich's? Oh, wir haben drei Mittelmänner, war. Ah, nee, nee, Bel... Du weißt, dass wir links sind. Ja, hab ich schon nicht mehr erlaubt. Und wir drei Abadons haben. Ich ist eigentlich ganz cool. Hauptsache, meine Beine sind zugekettet. Und ich muss fliegen. Hauptsache, ich hab ein bisschen fetten Arm. Und einen Arsch. Steinarsch. Steinarsch? Steinarsch! Du bist Bärenfüße. Oder Löwen. Keine Ahnung. Ist das ein Sid Meier Civilization 5? Und so ein Typ spielt das die ganze Zeit. Ja, wieso siehst du das? Ja, mir wird angezeigt, wen jemand dort spielt. Aber nur, wenn ich auch was spiele. Ansonsten nicht. Ah, das Klingerteam ist gut. Denn in der Mitte kann schon scheiße werden. Ja, hoch. Nie wieder. Gleich rausgehen, ne? Ja, na klar. Ja, zieh mal durch. Ah, was? Natürlich, hier ist Loch und dann noch Dingensens. Hast du auch übelst? Ich kriege keinen Stock. Ja, ich schon. Lass mal den hier machen. Lass mal den hier machen. Lass mal in der Mitte hin. Oder Spectre in der Mitte. Oh, lass mal Spectre in der Mitte hin. Lass mal irgendwie mit den. Erst mal am Toben warten. Spectre ist nicht in der Mitte. Oh nein, dann kommt Husker ja zu mir. Ich mag Husker nicht. Ich hab den sowas rausgestellt. Silencer in der Mitte. Oder ein Farmbann namens... Faceless. Ich glaube nicht, dass Faceless in der Mitte ist. Naja, ich glaube nicht, dass Faceless in der Mitte ist. Du willst den übelst machen. Ja, Silencer kann mich übelst machen. Er klaut mein Mana. Und ich klau seinen Mana. Er ist in Blau. Und Ranger. Unser Team ist aber auch nicht so scheiße. Naja. Lina, Lina. Ich verstehe den Skid nicht. Er ist wirklich immer zur Auswahl. Immer. Als ob die Meppen Inventar hätte. Nein! Er ist ja Magi auch noch vorne. Hast du ja toll gemacht, wa? Natürlich. Er war besser, was man machen kann. Ah, er bleibt Gott sei Dank stehen. Na und, die gehen trotzdem zuerst auf den. Nein. Wenn die Nahkämpfer vorgehen, dann nicht. Wie ist er? Oh. Okay. Ich hab Ahnung mehr. Fass du! Huuu. Ich klau mir Mana. Fass du auf, Kao. Ist ja fast gut. Ich kann nichts machen. Wir haben verloren. Er bewegt sich. Er wollte nur, dass du ein Level aufsteigst. Mehr nicht. Erstmal zeigen sie alles klauen mit Art. Hälfte meiner Wechte. Das ist schon mal ein Anfang. Wir winnen. Was ist denn das bei euch immer ändert? Ja, das ist jetzt... Oh, pfft. Ich treff die nicht. Bin zu unfähig dafür. Meine Eins macht überhälfte meines Mana weg. Sind jetzt nicht mehr, aber der Vorhörkarte. Überhälfte meiner Mana. Oh, überhälfte meiner Mana. Scheiße, was? Ich klappe, du Noob. Ich werde jetzt nicht mehr Mana wegkriegen. Ich sauge ihn dabei aus. Er zählt schon den Skill. Ich brauche nur den Mana. Das habe ich immer. Hast du auch Sorgen? Hast du auch Sorgen, ne? Das haben wir nicht Silenz. Das finde ich nicht so nett. Was ist mit mir? Der hat mich markiert. Wahrscheinlich Last-Hitman, oder? Keine Ahnung. Hat der eine Axt? Nö. Der hat nur eine Ohne. Nö, dann ist er auch kein Last-Hitman. Nur Axtman. Ich... Ich glaube, er... Was macht der? Ach, ich soll nicht angreifen. Okay. Der warst der Sturm. Fand ich fast gut. Ich meine, ich keine Mana trinke. Ich verstehe schon. Alter. Ne, muss Dreiecke machen. Dreiecke? Krui. Wenn schon, dann englisch du, Noob. Englisch und kein Alarm. Muss man einfach schreiben. Der hat sich nicht angenommen, was ich geschrieben habe. Man sollte auch hinterdrücken. Stopp Autotag. Okay. Autotap? Du hast keinen Autotag. Nö, hab ich ja nicht. Hab er draufgedrückt. Ich habe jeden nichts mehr. Oh, er hat keinen Mana mehr. Jetzt kann er mir mal ausschlicken. Oh, richtig schief. Das gefällt mir, glaube ich, sogar. Dann muss man schon farmen, die Sau. Er hat auch ihr Fäder am Anfang. Muss ich verstehen. Wir fehlen dann so viel Erfahrung. Wenn ich meinen Finger abseite, dann sei er. Alter, dann fing er richtig richtig. Und wenn ihr meinen Lebensblut habt, dann kannst du denk mal, äh, willst du am Arsch lecken? Stimmt, den brauche ich auch. Er ist jetzt einer der besten Schuhe, irgendwie. Ich liebe ihn. Ja, wenn er eine Sohle hat, ja. Er ist einfach nur ein Schuh. Brauchst du keine Sorgen über einen anderen Fuß machen. Wo ist denn das, was, Alter? Beide Füße in einen Schuh. Ist das wieder kein Mana? Ich liebe ihn zu ärgern, einfach nur. Oh, gleich könnte ich wieder ein Skill machen. Alles hier, weg. Jetzt mache ich jetzt einfach die ganze Zeit. Aber nur, dass er einfach nichts machen kann. Mit Leon war ich einmal gut. Aber wenn ich einmal gewinne, dann liebe ich mich auch immer gleichzeitig. Also, dann liebe ich den Charakter immer gleich. Und im nächsten Spiel hasse ich ihn wieder, wenn ich einmal verliere. Ist aber irgendwie immer so, ich habe den Finger, Mann. Ich habe die Ohne. Oh Gott, das Finger. Oh Gott, das Ohne. Silencer. Oh, hallo Silencer. Läuft er dich? Na, übelst nicht. Alter, er war voll mit Mana. Wo kommt das her? Wahrscheinlich Regeneration. Wie könnte die Oma wieder drin machen? Warum nicht? Wenn ich skills wirklich was mit übelst, ja. Such mir einfach übelst den Fernkampf-Creep raus und saug mir einfach alles raus. Ah. Ah, tut aber ganz schön weh. Der muss jetzt zu mir kommen. Sonst bin ich am Arsch. To hell and back and back to hell. Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Oh, hell yes. Ah, ich halte meinen Lebensbut. Ich liebe mich. Ich habe nicht mal einen Schuh. Ah. Das ist ja gar so'n Arsch. Ich bin erst null essen. Oh, oh. Natürlich, woher, ne? Guten Appetit. Hahaha. Suche Kraft, die du vermisst. Er guckt immer nach Runen. Ah, ich weiß nicht, ob er, äh, ist er wieder. Ich, ich, ich mache ihn übelst gleich zur Mama. Weil mein Finger, glaube ich, erst mal nicht erwartet. Der hat eine Bottle, pass auf. Aber, die ist leer. Ja. Also, Silencer ist gerade nicht das Problem, sag ich mal. Weil ich einfach immer wieder Mana holen kann und weiß ich nicht, was. Das ist ja gar nicht. Ja. Das kann man auch noch mal machen. Äh, Silencer ist hier oben. Ich habe gesagt, die Mitte ist missing. Ich bin deshalb gestorben. Öffne den Shot und guck nach. Ach, du bist jetzt einmal voll spammt. Du. Du. Und ich habe gesagt, das ist ein bisschen. Oh, er ist in der Mitte. Er hat eine Bottle, aber die ist leer. Brauchst du keine Sorgen machen. Dann kannst du dich nur mal einmal auf meinen Charakter gucken. Hahaha. Ich habe es vergessen. Mittel ist missing, okay. Verstanden. Roger. Ist der Lensert wieder kein Mana? Und wenn er jetzt kein Leben macht, ist er tot. Ich stun ihn und mach meinen Finger. Mal gucken, ob er dran denkt. Mittel ist missing. Er ist zurück zum Turmlaufen. Er ist zur Basis gelaufen. Glaub ich. Erstmal alle fehlen. Ihr macht mich runter. Überraschung. Auch die gleiche Stimme. Scheint mal irgendwie eine andere Betonung reinzumachen in den Satz. Oh, das Spiel lag gerade. 30 Frames. Mal wieder synchronisieren hier. Immer mal übelst schlimm, übelst, wissen nicht, 10 Frames, ey. Ja, auch nicht. Oh, no, 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 no. Hallo? Wahrscheinlich... Ah, da! Da unten ist er. Warum mach ich nicht das hier? Bin ich dumm? What skills machen, ey? Bin ich Ghost. Oh, hell ja! Der Turm wird sterben! Es ist hell, wenn er an die kommt! Oh, hell ja! Oh, hell ja! Powerpour ist in mich! Scheiße! Ich hätte fast... ...Earthshaker gemacht! Silencer hat... ...Mitte aufgegeben! War das richtig aufgegeben? Nee, Silencer hat aufgegeben! Guck mal den Turm an! Achso! Natürlich! Dieser Millimeter! Jetzt erstmal noch die Nein, wa? Erstmal die Nein! Oh, nee! Haben wir geschafft! Mit so einem Belagerungs-Fucker! Wir brauchen den Orb! 150! Nee, das entziehe ich ihm noch ganz schnell! Oh Gott! Oh Gott! Ich mach einfach so! Ich dachte, das tötet ihn nicht, aber... ...hat ihn getötet! Okay! Das muss man auch noch wiederholen! Jetzt kann ich zu euch kommen! Ich komm mal nach oben! Oh! Genau! Mein Ulti ist übelst stark! Ich liebe meinen Finger, wenn ihr Argan am Zepter habt! Eine Abklingzeit von 20 Sekunden! Oder? Warte! Wo ist der Argan am Zepter? Äh...da! Ja! Ja, 20 Sekunden! Wie ist übertrieben! Einfach nur! Ich komm jetzt nach oben! Ist Grün tot? Fast! Du hast Grün! Warte! Du machst ein Übel zu Mama! Faces macht dich jetzt! Wenn er... Fuck! Nein, 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 nein! Keine Sorge! Er hat keine Ahnung mehr! Darum hat er es abgebrochen! Nicht ihn töten, bitte! Okay, ist voll! Hm, erstmal alles wieder ausgeben! Ja! Und ihn da hinten aussuchen! Eigentlich ist Leon cool! Jetzt hätte ich meinen Finger nochmal abgegradet! Oh, stimmt der! Ich kann mir Mana holen! Ich hätte ihn gerade töten können! Ich bin ja gerade, ich habe einen Fernkampf-Creep ausgesaugt! Und der sogar noch angeschlagen war! Ne, der war voll! Achso, okay! Was? Was? Warum nicht? Oh, das hält mich nicht auf! Das hält mich schon auf! Übelst nicht! Du bist tot! Nicht schlimm! Ja, wenn du immer... Wenn du einfach immer stirbst! In der Aktion ist! Ich hab... Das ist schon normal! Nein, nein... Schon akzeptiert! Oh... Nein, nein... Ohne! 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 Ohne, ohne! Ohne, ohne! Ohne, ohne! Ohne Konservierung! Oh! Ich hab mein Schuh! Den verärs ich immer! Den tun wir den auch! Wenn ich jetzt... Skill mache? Okay? Denn den Skill mache... Alles in Ordnung. Nee, der erzählt nicht. Bin ich halb tot. Halb am Leben. Oh, hell yes. Oh, das ist braun. Braun! Äh, ich bin auch Zeug von Braun. Tch. Ah, an der Wand konnte er noch machen. Er ist nochmals dann tot. Das soll sich mal trauen. Oh, hallo, Enigma. Nee. Du bist mir zu nett. Enigma, andere Changer. Oh, nee. Mach mal, mach mal in der Mitte. Da ist Kina. Ah, du bist nicht in der Mitte. Ich bin tot. Äh, du bist bei mir immer blau. Blau? Ja, blau. Ist es türkisblau? Ja. Ich bin gerade... ...orange. ... ... ... ... ... ... Kronk. Wer ist denn Erik? Ja, hab ich ja schon ewig nicht mehr gehört. Kronk heißt Erik. Ach ja? Ja. Das bringt mir zu wissen, wie die nicht heißen. Oh, ich bin tot. Ich bin wirklich tot. Okay, mach noch mehr. Das erste Mal. Du hast dich eingesperrt mit dem Scheißskill. Pass auf, nicht in die Wand gehen. Oh ja, du bist der Beste. Oh, du hast dich fast getötet. Scheiße. Ich bin übelst nackt. Jetzt ist auch links einfach mal reingehen können. Gucken wir, ob Leicester noch da wäre. Oh, naja. Ja, naja, naja, wäre aufwendig. Gesundheit. Erster Kofi hat Besseres. Ah. Dann kaufen wir noch die. Zweimal. Hätte ich nur einmal kaufen würden. Hätte ich nur einmal kaufen würden. Dann töten wir den. Dann töten wir den. Und wir haben gewonnen. Wenn ein Team Ward setzt, heißt das gleiche Win. Ist ja meistens wirklich so. Kein Team kauft Wards. Nein, im Rang des Spiels ist egal welchen. Oh, hell ja. Hauptsache, wenn so Teamkämpfe sind, dann immer. Warum nicht? Nö, 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 nö. Eh. Sie ist zurück. Erik. 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 Und wer zieht Creeps auf? Einen? Zwei. Oh, zwei. Wenn schon, dann richtig hier. So, der Jungle ist abgewardet. Was hab ich für wardet? Ey, du kannst aus dem Jungle jetzt farmen wie du würzt. Du siehst immer, wenn einer kommt. Wenn er wardet sind, dann spawnen da keine Viecher. Doch, das auch. Nein. Das ist doch gut für Enigma. Doch. Ach, dann ist er gut. Aber erst mal widersprechen. Na, weiß ich doch nicht. Im Ward zählt Lobby nicht wirklich. Doch. Wenn du ward setzt oder eine verbündete Einheit, dann... ist er am Arsch mit, äh, farmen. Deine dritte Tauere ist auf Feuer. Ich werde mit dir sterben. Pumana. Elfshaker, wo bist du? Da ist er. Ah, rennen. Ah, rennen. Nein. Ihr seid so welche scheiß Creeps. Lifestealer macht mich. Um. Oben. Die Enigma-Faceless-Combo ist echt die Scheiße. Oh, er macht seinen Chronosphäre-Scheiß. Äh, Enigma macht einfach seinen fetten Riesenkreis. Aufwandat. Huska. War er ernst. Ich bin tot. Nein, 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 nein. Oh. Ich kann fast nicht sterben. Also, du bist immer noch nicht tot. Lifestealer hat so wenig Leben mehr. Ja, wir haben gerade übelst gebattelt. Naja, hat schon ein bisschen mehr Leben jetzt. Und der Jungle jetzt. Also, ich krieg da Leben. Lifestealer in der Jungle. Aua. Was ist Crevy-Loot? Naja, es mag gar nicht im Zepter. Beste, weil ich mich holen kann, ne, mit tausendmalen. Was ist Crevy-Travel-Boot? Ja, verstehe ich aber nicht. Nein, ich kann pushen. Na, hat dein Finger so einen Creep so? Mh. Hahaha, ja. Aber wäre geil, wenn du da gar nicht sattest, dass dein Finger so Flächenschaden hat. Mein Finger hat Flächenschaden. Ah, ja? Ja, er geht, äh, kugelförmig nach vorne. Wie eine Taschenlampe, Licht. Der ist aber nicht kugelförmig. Ja, aber förmig. Der ist dichterförmig. Ja, genau. Das ist mal Kugel. Das wäre um dich rum. Hahaha. Ich treffe jeden einfach mit dem Finger. So scheiße ist das nicht? Oh, ja. Mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh. Huuuuh. Mh, natürlich. Oh, ja. Oh, mein Toman, die sind schon mal angegriffen. Ja! Das wird die Nein. Das ist ein Grün. Ne, Grün schaffe ich nicht. Das ist schon wieder voll die Sau. Ja, das ist schon wieder voll die Sau. Ne, ich meine eigentlich faceless. Den den meine ich nicht. Ich schon. Sicher, dass du den schaffst? Der hat keinen Mana mehr. Also ja. Wenn er keinen Mana hat, ist das schlecht. Oh, jetzt kommen aber alle. Wir kommen doch nach oben. Was soll ich tun? Ich weiß, was ich mache. Komm mit den Portingscrollen. Mach mir jetzt weg. Musst aber schnell machen. Du siehst, dass jemand näher kommt. Na, wie geht's dir? Na, wie geht's dir? Na, wie geht's dir? Ist er tot? Ne, du hast ihn nicht gemacht. Boah. Ich dachte, mit dem Finger wäre er jetzt so... Ne, ne. Ich hab mich nicht geschwächt. Er hatte halt nur Millimeter gehabt oder so. Bist du ein Stiler? War doch dein Finger. Das hat er auch nicht mehr gemacht. Doch, du hast ihn einmal angegriffen. Das war ein Stil von dir mehr. Muss mal aufpassen. Na, geh mal noch mehr. Na, geh mal noch mehr. Wie viel zieht das, Alter? Ich bin ja nicht im Scale. Doch. Oh, 120 pro Sekunde. Aber die ist schon gebrauchsanweisung. Wir nicht. Das Bett wäre fünf Minuten fertig gewesen. Das Bett wäre fünf Minuten fertig gewesen. Also. Dann, Berta Barter. Ich hasse, irgendwas zusammenzubauen. Ich hasse... Ich hab schon Lego gehaft. Boah, ich hab Lego geliebt, Alter. Ja. Oh, nein. Das ist so kacke. Ich hab, äh, Dingensens. Ah, ich bin tot. Nein, nee, das bist du. Du bist auch tot, scheiße, wa? Nee, nee, ich bin nicht tot. Doch. Drei, zwei, eins. Naja, noch drei Sekunden dazu. Woaw, woaw, woaw! chéhaha- Hallo, hija- Hier ist Veseless und der macht sein Ulti. Aber des schon immer propheten Domang. Erstmal alt werden. Let's age. Wie gibt es denn solche Nucken? Ich hasse diese Übersicht, diese Upgrade-Übersicht, wo schon übelst die Dinge gewohnt. Das ist Grundlagen-Übersicht. Das freu ich nicht. Der war fast der Sturm. Ich weiß. Der wurde übelst geschützt. Das sind einfach alle. Ich komme jetzt auch. Ich habe alle Kühe für die Saison. Hallo. Aber warum ist hier? Ich habe keinen Mana. Wollange können sie uns sehen? Oh, das geht klar. Stealer. Oh, das ist weh, Dinger. Guck mal. Das kann dauern. Hilf mir mal. Das kann echt dauern. Wie das einfach schafft. Überlebt das einfach. Einfach mal in die Etage höher zu gehen. Da. Endlich. Jetzt reicht es hier. Kann es nicht von ihr machen. Ah, jetzt macht er Action. Ah. Ne, ne, nicht weitermachen. Ich habe einfach keine Mana. Du wurdest gemacht. Ja, ja. Wo ist der Kampf? Ja. Ja. Einmal durch den Kotz durchgehen. Was? Das ging schnell. Eins. Oh. 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 Was hat das geklappt, Alter? Ja. Aber du bist nicht sterben. Und Oskar. Was ist hier drinne? Hat nicht mehr. Deine Top-Tower ist in Flamen. Da war er. Ja. Lass mal die Wende machen. Ah, ihn hier. Der regeneriert sich schon. Er ist eine Bitch. Ich bin eine Bitch. Boah. Wie tief? Wo? Wer der Top-Tower ist unter Attack. Ach, Mann. Was macht ihr jetzt zusammen? Mal schauenour. Natürlich. Schaub mal schon mehr. Schau mal nicht. Ich bin tot. Jeb Top-Tower ist unten. Ich bin tot. Gut, jetzt machen die den. Na, irgendwie schon gedacht. Ich wollte ja nicht schon weggehen. Ich wollte ihn nicht alleine lassen. Ah, wie bachlar. Ah, der ist nicht schlimm. Ich hab mir zu helfen. Ah, die Zangen alle! Bin alle dumm. Bin büt scheiße. Oh, oh, Earthshaker. Oh, wir sterben. Ich bin ein Stück scheiße. Na, muss das sein? Oh, Huska macht alle. Weski gar nicht. Huska ist übrigens der Pro. Er tankt, er war nicht. Hahaha, wie geht das ab? Oh, das war ein Scheißfeil. Das war ein Scheißfeil. Das war ein Scheißfeil. Ja, sie stormen durch Feuer. Echt? Ja. Das ist schlecht. Oh, das war ein Scheiß. Oh, das war ein Scheißfeil. Oh, ich weiß aber. Seine Mutter hat gerade irgendwas gesagt. Oh, ich komm gleich rein. Oh, was ist das jetzt sein? Keine Ahnung, warum. Oh, A, O, W, K, N. Nein, 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 nein. Ich hab mich nicht mehr rein. Wieso nicht? Was wurde der eh geklaut oder was? Ja. Ich hab mich nur anders hin gesetzt. Ich hab einfach nur ein Remix immer. Achso. Du meinst mein Stuhl. Gang. Ja. Es hat meistgeklicktes Video auf Youtube. Witzkacke. Witzkacke. Witzbejonenaufucker. Wir wurden einfach mal üwitz gemacht, wahr? Ja, ich lebe noch. Ja, das ist cool. Komm zurück. Deineclock-Tower ist unter Attack von Tule. Unds soft. Naja. alte damals erotisch ist lange her zeit euch dann wohl verband ist die vier Zeit nur noch 4 1 und je es sind schon lange her ja er ist schon zwei in halb oder so wenn ich will im Video machen bei der Üblichen dann machst du nicht mehr ich will es ja machen weil es mal gemacht hat er hat sich ja noch hin zu sehen ich habe nur kein Bock alle Videos nochmal anzugucken. Jedenfalls, ich muss für jedes Projekt ein Video rauspicken. Ja, mach doch. Ist ja ganz easy. Ja, dann such mal. Hilf mir, hilf mir. Toll, dass ich von der Mitte weggegangen bin. Könnt ihr euch mal zu mir verpassen? Ich habe auch mit keinen Sinn. Ich wusste, dass der eine, der andere Magier-Creeb stirbt. Mein Finger ist auf Maximum. Maximal auf Film. Wir haben nur zwei gestorben. Was? Wir haben nur zwei gemacht. Wir haben nur zwei gestorben. Oh, nicht mal lebt. Oh, nicht mal lebt. Nein, nein, jetzt wie Anti-Hart-Doft-Tarass. Wir gehen nicht rein. Zu hell und zurück. Oh, hell ja. Und dann stirbt der Dingern sonst. Erstmal ein bisschen weg, zurückpushen. Tausende in der Mana. Aber du nicht. Ich habe übrigens wenig Mana. 917. Die sollten mal oben machen. Ja, ich gehe gerade hin. Da komme ich niemals rechts in die Hand. Nicht aktivieren. Das sind nur Creeps. Da kommen schon die nächsten. Unsichtbarkeit. Ah, da kommen ja schon die nächsten. Ah, ich bin da. Jetzt sind einfach alle tot. Ich habe nur einen gestunnt. Ich werde hier umgepushen. Ja, aber es hätte hier umgepushed. Ah, oben macht das schon. Du. Oh, oh ja. Das habe ich hier sehen. Ich bin tot. Ich bin so eine Scheiß-Kombo einfach nur. Komm schon los. Achso, ich dachte, das war ja in-game-Shit. Nein, so sehr in-game klinge ich auch nicht. Die Microsoft-Stimme. Das ist eine Araber-Version. Das ist eine Araber-Version. Das ist ein YouTube-Gespräch. Da steht kein Wort. Was ist denn das für ein Mann? Nein, das ist scheiße. Ich bin tot. Finger. Ich gehe schon wieder zusammen. Was ein Ghost? Mein Chrome geht nicht mehr auf. Und mach's zu. In einem Internet-Explorer. Wie der Herr. Oder Oboer. Oboer war cool. Auf dem anderen PC. Auf den hier nicht mehr. Ich stelle, du hast ja auch einen neuen gekriegt, oder? Wer? Nein. Ja, doch. Ich habe deinen halt. Deinen alten mit meinem getauscht. Obwohl der alte besser macht. Wo machst du Angst, Spector? Ich sehe jetzt erst, dass es ganz schön scheiße aussieht. Ich hätte auch kein Gesicht. Das ist ein hässliches Skin. Du bist das Zeug, Girl. Du musst ihn mal wirklich angucken, ja. Du bist faceless-Version. Auch wenn er nicht mehr tötet. Ich bin tot. Ich weiß. Er ist aber leider nicht hier. Da ist er. Ich bin wieder schuld, weil ich gerade respawned bin. Anfangs lief es so gut. Ja, immer so gut. Und jetzt geht alle den Bach runter. Selbst hier ist Level 20. Der Weiß-Seal. Radiant-Strukturen sind fortgelegt. Hilf! Du bist aufgerufen. Einmal weiterlaufen. Faiseless verfolgt dich. Hat er die Blase schon immer? Äh, ja, aber der kann die wahrscheinlich unendlich aufmachen. Oh, scheiße. Nicht jetzt hier. Deine dritte Tauere ist auf Feuer. Oh, ja. Die Creeps sind irgendwie dumm. Die könnten die Tonne anhandwerfen. Ich glaube, die müssten sogar zurücklaufen. Deine dritte Tauere ist aufgerufen. Und noch. Wir haben einmal so gut gepusht. Deine dritte Tauere ist in Flamen. Deine dritte Tauere ist aufgerufen. Mach den kaputt. Den, den ich brauche. Bleibst du hier? Ich gehe nach oben. Ich kann dir nichts ausrichten. Ich bin nur le-le-le-lecht. Du musst nur eine Wave immer nach vorne machen. Nicht jetzt noch weitermachen. Du bist der Tod. Wenn die Börer schaden sind. Und du stirbst. Oh, ich bin tot. Oh, ich bin tot. Oh, ich bin tot. Ups. Das war nicht meine Absicht. Nein, den Mutantop ist auch schon ein Responder-Ten. Nein, nein, ich bin tot. Wo ist der Kampf? Oh, da ist er. Kacke. Nicht schon wieder. Ich wurde echt gesilenced. Während ich meinen Orb machen wollte. Der hat bisher einmal funktioniert. Alle bei Roshan. Wir machen den Tome. Tome gibt mehr Geld als Roshan. Das stimmt, aber dafür ist einmal Free-Kill. Aber wenn er immer scheiße ist, ist er in der Tod auch eher heul. Den haben wir jetzt, wird sicher. Direktiv, wenn er gleich. Auch wenn. Hat er die Zeit aufgeschrieben, als Roshan gekillt. Was? Muss man ganz kurz auflegen. Jajoh. Du darfst aber nicht reinziehen, ja? Du darfst nicht rausgehen, ja? Ja, du musst nur auflegen und später wieder rinkommen. Weil reinziehen kann ich dich jetzt nicht. Zu spät. Okay. Aber der hier ist weg da, hat die. Hat die Zeit geschrieben, wann Roshan gekillt wurde. Mit genau die Zeit wissen. Oh, hell ja. Ach stimmt. Du bist gut. Das sollten wir immer machen. Acht bis elf Minuten, ja. Acht bis elf, ja. Und wenn Ozan tötet, sechs bis acht. Äh, sechs bis elf, glaube ich. Ah, sechs ist halt. Er verringert ihn jedenfalls. Wirklich? Ja, das ist nur sein passiver Skill mit der Tatze. Dass er immer wieder mehr Schaden macht. So. Das wusste ich nicht. Das ist übelst unfair. Ja, ich weiß. Das hat er gemacht, Roshan zu machen. Ne, er ist gemacht worden, Roshan zu machen. Ich weiß. Doch, äh, ironisch. Ich wusste. Oh, hallo. Hallo. Ich hab noch nie so eine Aktion überlebt. Was? Ich hab noch nie so eine Aktion. Ich hab noch nie so eine Aktion. Ja, er tötet. Und? Er darf das. Boah, kann er nicht sein Ulti auf Roshan machen? Nein, glaube ich nicht. Übers Hälfte lebendig. Wenn er den verkackt, glaube ich, dann kommt diese blaue Kugel, dass der abgewährt wurde und er verliert trotzdem Hälfte schon. Was macht er? Das war echt gut. Geh in ihn rein! Oh, überhaupt noch nicht mehr gebraucht. Zalensa ist mit einer Kopie verreckt. Vorhin auch schon. Ja, das ist schlecht. Was ist das hier? Braucht er ja ein Jahr nicht mehr. Oh. 20 Sekunden sagst du, immer wieder. Mehr Schaden. Ich bin... Kreisförmig. Kugelförmig. Ich hab nur... Ah ja, stimmt. Ja, Kreisförmig ist auch noch behinderter. Ja, alle meine. Ja, das ist meine. Ich hab nur 11 Mann. Das hab ich bekommen. Hallo. 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 Blau ist scheiße. Blau ist super easy, wenn wir alle rufen gehen. Blau ist scheiße, wenn ihr uns alle in die Chronosphäre scheiße ranmacht. Ja. Oh, das sind alle meine. Oh, noch nicht mal alle getötet. Oh, soll ich jetzt mal meinen Finger machen? Sind alle tot. Mach doch. 20 Sekunden. Alter. Nein. Das ist ein Shaker. Ihr habt verschissen. Das ist verschissen, Mann. Du hast nicht vergessen. Hast du da gar einen Zepter? Nein, noch nicht. Nee, dann bist du scheiße. Wie soll ich denn ihr Geld zusammenkriegen? Mal nicht sterben. Oder farmen. Äh, letztlich. Ah, der Menschentüten, dieser. Hm, ich liebe das Menschen zu töten. Was? Mach ich überhaupt an? Du musst es so machen. Oh, Jim Appel, noch was. Wie wird es schlecht so? Was ist das, wie alle einfach die gleiche Sprache sprechen? So ein Zufall. Der schießt doch. Tönt sich leicht bayerisch an. Hier sind alle drinnen. Wie alle? Das ist so behindert. Lass mal jetzt springen. Das ist echt wieder immer. Ich bin so scheiße. Was soll der? Kann er mal sterben? Geht doch. Faces hat einen Nicken auch mir braun. Wie es geil ist die jetzt. Mach ich ihn auch noch! Was tust du? Na, das war auch nur sch... Ich wäre sowieso nicht entkommen. Ich bin behindert. Ich bin so behindert. Ich bin einfach behindert. Ich bin so behindert. Die waren also in einer Gruppe. Ich hätte auch meinen Finger rein machen können. Hast du den Finger nicht aktiviert? Du... Was bist du für ein Nocken? Na, du gehst dann immer auf Silencer, wenn er eine HP noch hat. Hä, ich war doch gar nicht da. Natürlich! Ihr seid genau nebeneinander in den Ofen so fast. Gerade eben. Ich kam erst... Gerade eben. Wo du eingetötet hast. Überzweck ist die Tast. War da Silencer. Dann entscheidest du dich für Lifestealer. Hä? Wieso Lifestealer? Du bist gerade auf Lifestealer. Ich hab Faites gemacht. Ja! Den das registriert. Ja. Da war da noch Silencer. Und Lifestealer. Den hat er nicht gesehen. Und Lifestealer hat mich verfolgt, weil soll ich ihn machen? Ein Lifestealer hat mich verfolgt, weil soll ich ihn machen? Ein Lifestealer kann man spielen. Oh meinhaft. B? Ja, doch! Der hat die社ilzeit verfolgt. Ahh! Ich habe keine Angst vor, Heil! Heil! Ich bin Angst vor. GehBlack! Oder ein Dargon! Ah, ein Dargon! Du hast Level 5 Dargon, hast du 2 Finger. Wenn der Finger nicht mehr reicht, habe ich einfach zwei Finger, zeige ich einfach nur auf den so. Willst du die Pistole zeigen? Er ist weg. Wie ist der Pusher? So mache ich jetzt einfach die ganze Zeit. Auf jeder Lehn. Dadurch kriege ich keine Erfahrung. Da war schon wieder jemand. Hier ist ein Nigma in der Jungle. Und das ist scheiße. Er wird sterben. Ich auch. Ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr! Ich liebe dich! FINGER! Das war zu spät. Er wandert. Achso. Ich habe 2,8 Mann. 3,13. Und mehr als du! Er kann jetzt immer noch besser sein. Noch. Noch, nicht noch. Ich habe glaube ich ein Little Briton. Wie so? Wir sehen, wir haben drauf gekommen. Also. Hallo! Oh, jetzt könnte alles machen. Leider ist nur der Arsch. Und er da. Der Dicke, der immer alles in Japan schicken lässt. Oh, Zeller. Oh, Schicker. Achso. Ich verstehe. Da ist er. Oh, stimmt ja. Die Kombi gibt es auch noch. Alle sind tot. Das war übelst gut. Passt. Ich weiß nicht. Er ist tot. Er ist tot. Er hat die falschen gemacht. Cysterie. Diese Zeit. Ich verstehe jetzt. Der Däbele kühl? Das ist einer. Zehn Prozent. Einer mit 100. Das hätte niemals getötet. Ja, aber das hätte mir eher so nimmer. Na und? Das hätte nichts gebracht. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe! Ich könnte sein, dass er gleich wieder wer hat wie du. Das Schwächste von denen ist echt Enigma. Und der macht alle immer kalt mit seinem schwarzen Loch. Was denn? Der Neger. Hä, was? Enigma. Er ist schwarz. Ja, nicht mehr tot. Nö. Du bist noch relativ lebendig. Ich weiß, ich dachte, wäre nur in unsichtbar. Und wie der da so? Der 21. Ich habe viel zu selten meinen Finger gemacht. Ich habe ihn einfach immer auf den ersten besten gesehen. Ich kann ihn 20 Sekunden lang machen. Warum nicht? Motto. Motto. Mordor. Verstehe ich nicht. Ich werde sterben. Ich bin zu scheiße. Wir haben verloren. Wir haben verloren. Wir haben verloren. Nein. Nö, da gucke ich hier nicht hin. Guck da rein. Ups. Ich habe ihn niemals weggestillt. Ups. Ich habe zwei weggestillt. Ich habe eigentlich einen Set da. Ups. Ich spiele nicht. 20 Sekunden. Ich glaube, das Reto-Spieler. Ich spiele nicht mehr. 20 Sekunden. 19 Sekunden. 30 Sekunden. Ich spiele nicht mehr. 30 Sekunden. 30 Sekunden. 30 Sekunden. Was anderes kann ich machen? Hier im Wald, ich bin tot Mama Ich lobe weg Warum bin ich Ich bin tot Also Lothar reden und mal Deutsch reden Da lebst noch Ich kann das Ah Ah, ist gut, okay Jetzt kann ich hier winnen Ich hab mein Finger bereit Das bringt mir auch nicht viel Ich hab sie hin Der Schreiber wird weg Der Schreiber wird verletzt Der Schreiber wird aufbauen Ich habe sie in Dissert Dissert Ich habe die Oischlera bekommen Ähm, äh, äh, äh Ähm Wuh, äh Ein Lifestealer ist tot. Weißt du? Lifestealer? Nein, Faceless. Das ist Lifestealer gesagt. Ja, ich mach ihn doch mal Faceless. Obwohl er nicht mal angegriffen wurde. Das liegt echt so gut, ja. Na, ich weiß. Wegen dir haben wir verkackt. Nur wegen dir. Wir sehen uns mal die Statistiken an. Bis zu höheres Level. Die höchsten Zahlen sind gut. Ey, ich bin Level 21, Mann. Bist ein negativer von Lifestealer. Jetzt bin ich in Ruhe. Ich bin fast das höchste Level in unserem Team. Ne, du bist höheres Level jetzt. Ehrlich, erst ich. Oh. Ich hatte heute Kopfschmerzen und ging heute nicht so gut. Und ich hab ein Bett aufüberholt. Und hab dadurch noch mehr Kopfschmerzen bekommen. Ohne Anleitung ist halt der Tod. Letztes Mal warst du ja, weil du pissen wärst. Und auf eurem Blasen kann man nicht gewinnen. Und ich... Hey. 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 Hast du da gerade nen Vetter? Ja. Oh geil. Hey. Hey. Das war... Ein Gegner. Komm, ein Gegner. Scheiße. Scheiße. Das war's, Alter. Und dann kommt er, weißt du. Das war sein größter Fehler. Der ist noch nicht mal. Nein. 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 So ein Wichser. Der fickt mich nicht. Aber er auch. Was? Warte, ist doch... Da. Wie wickst du es dir denn? Oh Gott. War noch so ein schwacher Darwin. Darüber wäre er hinz. Wirklich? Ja. Oh, geil. Was ist das für ein Zurückwerfer? Jetzt will ich aber keine Ahnung haben. Das war ein übelst gutes Spiel. Das war ein gutes Spiel. Wenn es so wäre, dass wir richtig knapp sind und dann durch einen blöden Fehler verlieren. Das ist ein gutes Spiel. So was hier. Oh, was? Was ist das? Das ist ein Hut. Die übte Pferdekopf. Oh, ich habe einen Stab bekommen. Faceless. Na klasse. Mann. Wie oft hatte ich in meinem Leben faceless? Inspekter ist scheiße. Das ist aber eigentlich ganz gut. Na doch. Der hat immer was gekillt. Freundlichkeit. Keine Ahnung. Er ist ein Franzose. Erstmal sehr wenig. Ja, wenig. Mal ausrüsten. Scheiße auf Dota. Wie ist... Bewerten sie die gesamte Gesprächsqualität? Ausgezeichnet. Ball in 2 wird immer noch...